Michael, es ist nix riskierer, ja? Jo! Genau da, genau die ist es, aber so geil, das ist Wahnsinn. Ja? 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 Ja, das wird noch besser. Ja? Ja, ja, ja. Einige Stimmen zur Tour bisher, Herr Roos, was meinen Sie? Ja, sehr anspruchsvoll, das muss ich sagen. Auf jeden Fall ist das Gleiche sehr anspruchsvoll, aber jetzt wird es aufgezahlt. Werden Sie mir zustimmen, dass es sehr, sehr trocken ist? Ja. Ne? Auch der Boden, also extrem trocken, das staubt ja nur noch. Ja? Ja. Hier ist es immer normalerweise ein bisschen feucht, so ein paar Rindsaade so quer rüber. Ja, weil es ultra trocken ist es ja bislang. Seitdem ist das zu schnell anwurscht? Ja? Ja, ich muss jetzt reden. Aber dann kommt es wieder runter willkommen. Ja. Ja? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ein rad übernimmt wieder das Kommando? So, sonst steigt die Leichtigkeit auf, beim Verwürgen. Station Steinwasser, komm ich denn? Station Steinwasser, komm ich denn? Also definitiv nichts für Anfänger hier. Ohne Klickpedale keine Chance auf solchen Strecken. Das sollte jedem klar sein. Geil, ne? Bitte nochmal voran. Und Stau. Heppah! Gleich halt, also der erste Mann der Truppe. Ach, ich hab' den... ...besteigten... ...hannen abgeschickt. Schlecht? Schlecht? Verschleunig, aber jetzt steig mal abgeschickt. Ach, ich hab' den chest. Ach was, ich hab' den vom Abямaukel. Ich bin ganz ausgegangen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020